Wir sind noch mal in Herrenstein. Heute wird hier das Feld geschreddert, gemulcht, gehäckselt. Dort drüben im Einsatz Christoph auf seinem Kubota Traktor mit nagelneuem Mulcher. Hier geht es darum, diese Ansammlung von Hackebuttensträuchern abzusägen und dann mit dem Springer die Wurzeln rauszuziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schafe werden in das andere Gebiet gebracht, damit hier gemäht werden kann. So, jetzt ist der Mulcher gekommen das ding der kann was so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ein Hänger voll mit Mulch und ein Hänger voll mit Wurzeln. Pi mal Daumen ist die Hälfte geschafft. Untertitelung. BR 2018